So, hi Leute! Oh, hi! Shaka! Hey, wie nett! Tja, ich bin schon mal geschockt, Bro! Wow, geile Fähigkeit! Äh, Bro! Ich bin viel zu schnell für dich! Tja! Holy Shit! Warum fragst du? Keine Ahnung! Ich wollte nur höflich mit ihr plaudern! Also, würd ich mit auch können müssen! Aber das wär so viel schöner, wenn sie auf der Gefühlsebene verbunden wären! Gar von! Ach ja, stimmt! Du hast ja Glück! Hab' ich! Jetzt plaudern wir! Na dann! Oh oh! Ah! Ah! Da ist der Druckwälle! Ich glaub, wir sollten ihn wieder fangen! Im Ernst, Herman! Warum wieder der Mist? Du weißt, dass die Polizei dich im Auge hat! Gut, wir alle wissen, dass du dämlich bist! Aber doch nicht so dämlich! Du musst echt verzweifelt sein! Das heißt, dass du nicht für dich selbst laust! Du arbeitest mit jemandem zusammen! Oder für jemanden! Sag mir jetzt, wer es ist! Oder ich prügele später aus dir raus! Deine Wahl! Es muss ja nicht unbedingt heißen, dass er jetzt schon mit wem zusammenarbeitet, oder? Los, los, los! Wow! Oh! Jetzt könnt ihr auch schon schießen! WTF! Ah! Wird eh schon langzamer! Wo ich ihn fangen kann! Wow! Damit hab' ich nicht gerechnet! Alles klar! Das tut's nach. Oh! die ganze stadt schwingen und so immer verfolgen aber keine übung damit man da durch die schwarz sich dadurch schwingen jetzt haben wir du hast nur persönlichkeit aber dein anzug ist der hammer gibt mir mal design tipps ich will ja auch aus baden und später der fläche gemütliche gedrückt was über seine motive herausgefunden habs versucht ist aber eher schweigsam außerdem hast du mich wohl das geht irgendwie vielen leuten so aber du machst mich ich ertrage dich das ist das netteste was du hier zu mir gesagt hast warte was ist denn da vorne ich habe wohl ein bisschen zeit ich könnte jetzt die maske untersuchen wird mal ein bisschen mehr ist noch spät auf woher ungewöhnlich aggressiv egal danke noch mal für das essen was schuldig es dämmert mr lee wird bald hier sein jetzt habe ich erst mal hunger tja mr lee sind wir jetzt quasi wieder bei der alles klar ich hätte mir schon wieder gedacht vielleicht das heim oder so das ist ja schon mal schon mal schon mal schon mal